Wir dürfen uns gar nicht ins Visier bekommen, weil sie denken, ob man gerade die Fahrer bietet. Du Scherter, ist der Tiger noch bei dir? Ja, hier stehen. Rentensee, die Mühe. Wir fahren außen rum. Hier stehen drei Panzer, Mann. Der Scheiße, er hat uns gesehen. Nein, der Scheiße, er hat uns nicht. Das wäre echt gerade richtig cool, komm. Aber der Erste hat mich direkt in den Kleck. Ah, also das, was ich jetzt hier gerade aufgenommen habe, ich glaube, das darf ich gar nicht hochladen. Die Leute glauben, dass sie unsichtbar wären.